So! Hu! Ich dachte, ich spiele noch was Privates. Ey, sag mal, deine neue Freundin willst du dir das Leben verderben? Wenn deine Hälschen das erfahren, ey, die werden dich enterben. Denk an deinen Ruf, lass dich mit ihr nicht blicken, sonst kannst du deine Karriere knicken. Auf alle deine Freunde wirft sie ein schlechtes Licht. Das ist unter deiner Würde. Sag mal, schämst du dich denn nicht? Naja, das ist mir ja schon peinlich, dass ich mit ihr zusammen bin. Ich hab es viel zu spät erfahren. Meine Freundin ist Grundschullehrerin. Also sie stehen ja berufsbedingt morgens deutlich vor mir auf. Und deshalb hinterlässt sie mir auf dem Frühstückstisch dann immer so kleine bunte Zettelchen mit Nachrichten. Also wenn sie aus der zweiten Stunde hat sie die sogar laminiert. Und sie schreibt mir dann immer so ganz persönliche Botschaften, speziell für mich und meinen Tag. Also ich zitiere mal von Donnerstag letzter Woche, da stand da folgendes. Michael zeigt Fortschritte in Wohnung sauber halten. Im Fachmüll runterbringen muss er sich noch mehr entfalten. Auf häusliche Impulse zeigt er wenig Reaktion. Beim Zuhören fehlt dem Michael die Motivation. Er sollte lernen gemeinschaftlich zu lachen, statt dauernd blöde Scherze auf Kosten anderer zu machen. Naja, das ist mir ja schon peinlich, dass ich mit ihr zusammen bin. Ich hab es viel zu spät erfahren. Meine Freundin. Ja, das war jetzt ein bisschen wenig. Also ich sag mal, das wäre jetzt so eine Leistung, da würde meine Freundin sagen, ja dafür gibt es keine Gymnasialempfehlung. Also pass auf, der Erwartungshorizont an dieser Stelle ist natürlich ein anderer. Da brauchen wir jetzt so ein richtiges Metal-Festival-Feeling, so ein Fucken-Feeling, dass ihr da alle so in einer Stimme so Es kommt Schule, Herr Arbeiter! Ja, es muss jetzt nicht schön sein, sondern laut! Na, mit voller Wucht muss es hier vorne auftreffen. Wenn ich so mach, ihr alle noch so. Puh! Das geht's. Ich hab es viel zu spät im Fahrt, meine Freundin. Es ist Rutschulier, Herr Arbeiter! Okay, dafür wird man versetzt. Aber den habt ihr verpasst. Nochmal, und... Rutschulier! Okay, klar, und das geht lauter, oder, oder? Ja! Es gibt so viele blöde Jobs und so wenig schöne Frauen und immerhin ist Grundschullehrerin besser als Bundeskanzlerin oder Influencerin dass ich mit ihr zusammen bin mit meiner Grundschullehrerin macht für mich durchaus Sinn und die und ... viele rohs главное